du bin ich aus dem urlaub nein quatsch wir genießen hier nach dem ganzen trubel ein bisschen familienzeit bei uns am badesee und die letzte zeit war ja hier bei uns recht rasant mit nevigi und im anschluss direkt vip treffen aber ich muss wirklich sagen es war einfach mega mega cool es hat mir sehr viel spaß gemacht ich bin immer noch total beeindruckt von von unserem vip treffen was irgendwie gefühlt noch viel lockerer und einfacher war als das vip treffen vorher obwohl wir 150 frauen waren anstatt 100 also da muss ich auch echt noch mal mein großes dankeschön an alle geben an unsere helfer teams die waren einfach spitze und auch an alle vips ihr habt das einfach super gemacht und ihr macht auch für mich solche events immer zu einem ganz besonderen ereignis nevigi auch wieder richtig cool gelaufen dieses jahr ich habe mich sehr gefreut über alle die da waren die mitgeguckt haben die uns so liebe kommentare da gelassen haben mich gefreut für alle die gewonnen haben und ja eine sehr sehr bewegende aber auch wunderschöne zeit mai würde ich sagen check das war super so und jetzt geht es aber auch eigentlich schon weiter am 17 6 feiern wir unser zehnjähriges firmenjubiläum mit einer dicken fetten sommerparty bei uns und da möchte ich euch natürlich alle ganz herzlich zu einladen auf unserer kai zu online kurse facebook seite gibt es dazu ein eine veranstaltung wer auf jeden fall schon weiß dass er kommt bitte da auf jeden fall zusagen denn es gibt auch geschenke und jeder der zugesagt hat wird von uns auf eine liste gesetzt und bekommt dann auch ein geschenk wenn er vorbeikommt wir haben schon alles organisiert hier getränkewagen grilldings zelte kühlwagen essen trinken alles mögliche und verkaufsoffen ist von 9 bis 18 uhr und am 19 uhr ist disco also das ist bestimmt auch sehr cool mal gucken wir haben ja schon bei der nevg und beim vip treffen ein bisschen probe getanzt dann können wir dann auf jeden fall damit weitermachen da freue ich mich auch schon sehr drauf schon lange nicht mehr eine party geschmissen und das wird bestimmt sehr cool meine parties sind ja immer unser vip treffen irgendwie das ist auch immer eine halbe party aber ein follower auch hier ein follower das ist bestimmt auch sehr sehr cool ich freue mich sehr darauf immer gespannt wer alles kommt und wer auch bis zur disco bleibt das ist bestimmt sehr gut ja und dann feiern wir jetzt in diesem monat zehnjähriges bestehen von den kai zu online kursen und das ist etwas ganz besonderes wer selbstständig ist der weiß das ist schon eine hausnummer zehn jahre durchzuhalten und wie ich so oft am vip treffen da stand und und alles und toll und wie das alles so geworden ist und sowas und ich immer so ja ich weiß selber nicht wie so ausgerechnet ich so eine große gruppe von frauen um mich herum habe und die sind alle nett weil eigentlich wollte ich ja eigentlich immer lieber nur was mit männern zu tun haben weil frauen ja immer mutig sind aber ja bei uns ist es anders und das freut mich sehr und dass das alles jetzt so gewachsen ist und so so geil einfach geworden ist so mega mega cool und ist mir auch einfach so riesigen spaß macht das ist natürlich was ganz besonderes und deswegen haben wir jetzt noch mal uns gedanken gemacht und haben für euch noch mal den zwei tage kostenlosen vip zugang freigeschaltet über den kompletten juni also alle die mal gucken wollen was wir da alles für kurse haben und sich so ein bisschen inspiration holen möchten den ein oder anderen goldene nähtipp abholen möchten die sind herzlich eingeladen vom ersten bis zum 30 sechsten die zwei tage vip mitgliedschaft mitzumachen das ist ein kostenloser testzugang alle infos kriegt ihr ab morgen in den post per newsletter und so weiter und so fort das ist ab ersten sechsten auf unserer seite zu finden einfach mal vip testzugang in unser suchfeld auf unserer shop seite eingeben und dann findet ihr das bestimmt und ihr fragt mich ja immer was ihr denn mal liebes für mich tun könnt oder ob ich auch kinderschokolade haben möchte nein möchte ich nicht ich bin ja nicht so ein schokoladen fan aber wenn jeder von euch das einen lieben nähmenschen weiterleiten würde und bescheid sagen würde das würde mich sehr sehr freuen das ist ja wirklich auch ein cooles geschenk und ich weiß nicht jeder wird vip danach aber da werden wir bestimmt einige sehr glücklich mitmachen sie dann vielleicht doch mal lust haben was selber zu gestalten und neben unserer vip mitgliedschaft haben wir auch wirklich viele tolle kurse und auch viele tolle kostenlose sachen die man einfach sich mal angucken könnte und vielleicht ist noch der ein oder andere da der dann unseren family kreis noch erweitert also wir sind natürlich stark mit unseren vip das ist keine frage und ihr wisst ja auch dass das meine kundengruppe ist mit denen ich sehr nah und viel zusammenarbeite aber trotzdem jeder einzelne von euch ist hier herzlich willkommen ob es jemand ist der einfach nur interesse hat oder einen kostenlosen kurs mit macht oder 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 auch gerade für diejenigen die sich das dann vielleicht nicht leisten können ist das doch eine ziemlich gute sache mal zwei tage lang wirklich kostenlos zugriff zu allen kursen zu haben also sagt es weiter tatsächlich zehn jahre lang geschafft und das gar nicht mal so schlecht ich freue mich dass ein grund zu feiern und ich freue mich für alle die mit uns mit feiern und auch tatsächlich letzten sommerfest kommen ich habe schon gehört dass wer kommt und wenn ich kommt und keine ahnung war ich kann nicht kommen und ich komme auf jeden fall ich habe schon gemietet und sowas also es wird auf jeden fall eine coole runde auch da wieder und jetzt freue ich mich dass die sonne scheint und wir ein bisschen hier das wasser genießen und dann sehen wir uns bestimmt ganz ganz bald spätestens zur sommerparty aber bestimmt auch zwischendurch zu anderen sachen bis dann